so hallo willkommen zurück zu einer weiteren runde little nightmares was das letztes mal passiert wir sind durch ein paar gänge geschlichen sind von so ein ganz ganz komischen typen moment ich mache jetzt mal das licht an sonst rede ich ja im dunkel und genau so ein ganz komischer typ mit kurzen beinen aber dafür ewig langen armen und dann hat er noch diese ekligen wuschfinger mit denen er immer nach mir gegriffen hat genau da ist mir jetzt geflohen ich habe ihm bei der flucht die arme abgetrennt tut mir leid fragezeichen naja egal und sind wir hier gelandet genau und jetzt schauen wir uns dieser gang hier hinführt so schauen wir mal wo kommen wir hier raus ich hoffe er kommt nicht wieder wahrscheinlich kommt da ein ganz anderer typ jetzt immer schön die leiter aufmache ich sehe schon wieder irgendwelche haken ich glaube da ist der tod schnell weg hier licht anmachen das ist dunkel ein schuh bin hier aber ich muss mich wahrscheinlich an so einen sack da festhalten oder am hagen ich würde wahrscheinlich gleich verkacken wie immer da da was ist das ein koch eine kleine raucherpause hier ich lasse mich fallen ich lasse mich fallen bitte nicht wieder ein käfig ich habe da ausgelernt da will ich nicht hin na toll jetzt komme ich zum koch ratten was war das glaubt die ratte ist in die mauserfalle klatschen oder auch nicht ja sie ist nein es kommt nicht die ratte essen nicht die ratte essen es wird die ratte sein na gut was sein muss auch warm drehen wir die kamera weg nichts für kleine kinder ja jetzt geht es mir wieder besser keine ahnung wo ich hier bin das kann ich wahrscheinlich umhauen kann ich nicht umhauen doch drück drück oder entscheiden nicht doch es muss es sein ja er hat zu weit hinten gestanden was war das ich da was gesehen nein ich will dir mehr schon sachen ein hallo koch bitte jage mich nicht mit einem messer ich muss mich wahrscheinlich verstecken da schaut doch gleich einer durch ich höre doch messer schleift doch einer seine messer was mache ich eigentlich mit welchem ziel bin ich hier hat er mir gerade direkt in die augen geschaut ich muss mich da verstecken ich muss mich da verstecken ui so warten bis er wieder kommt oder egal los geht's wir sind ja ein kollege kollegen ich bin ja oft genug gestorben also was ist das eine mal jetzt hier noch mehr sterben ja überwürste so wo gehst du hin besser gesagt bist du denn ernst jetzt schau mal die suppe zum hundertsten mal an tschüss ich glaube er hat mich gehört ich glaube er hat mich gehört kollegen läufst du hin bist du hin komm zurück oh Gott ich brauche einen Schlüssel Gott nicht gut gar nicht gut über ihn zu klettern Gott wird doch gleich umfallen das ding weg hier ich sollte mir auf die straße schauen ich sollte mir auf die straße schauen Krieg ich jetzt den Schlüssel her? Lass mal die Kerze anmachen hier. Was ist... Wie ist denn das aufgebaut? Schaut euch das an. Kein Kommentar. Lass mal hier sauber machen. Herkel. So, da ist seine... Hey! Kollege! Wart auf mich! Du blockst mich doch an der Falle. Du schläfst, Hanno! Was tu ich hier? Hab doch gesagt, das war eine Falle. Oh, je, 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 je. Ich seh nix. Ach, das... Was tu ich da? Wo geh ich überhaupt hin? Oh! Was mache ich hier? Warum klette ich hier rum und rum? Lass mich in der Falle, glaub du, kleiner Gnom. Okay. Was soll ich jetzt hier? Ah, da ist der Schlüssel. Schwingeln. Los. Süß. Versteckt sich fast. Komm ich doch niemals durch. Ich glaube, er kommt. Oh, ne, es ist ne Tür. Kann ich mich da verstecken? Nein. Komm ich da hoch? So viele Wege! Ich krieg mal nen Schlüssel hier ab. Ich würde, glaub ich, nen Schlüssel mitnehmen. Sorge, ne, Idiot! Ja, ich bin wieder am Anfang. Komm, fahr nochmal hoch. Ja, danke. Was soll ich denn an ihnen geweckt? Es sind sie zu zweit. Gut gemacht. Gut gemacht. High five an mich selbst. Komm ich doch niemals durch. Okay. 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 Lauf, 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 lauf. Oder war es der? Nee, kann doch nicht sein. Huhu. Bau nicht. Weg da. Ah, es ist viel zu laut. Hm, Würstchen. Hm, Würstchen. Tja. Hast du die Tür aufgemacht damit? Ich will da rein. Okay. Ja. Okay. Doch nicht. Doch. Nein. Doch. Ah, warte. Ich glaub, das... Ich glaub, es ist ein Schiff, wo ich bin. Okay. Äh, da nicht. Dann geht's da hoch. Versuch war's wert. Und? Fährt's. Wo fährt's mir hin? Hm. Kalt. Ist da jemand? Hallo. Rein da. Ich denk, ich geh mal... So viele Wege. Wahrscheinlich gibt's noch so viel zu entdecken. Ah. Gefällst mir nicht. Was auch immer das bringt. Ah, ich glaub, es war bloß das Ding zu finden. Nee, da geht's auch. Aua. Aua. Kleiner Kobold. Schweine. Das war nur ein Geheimnis hier. Schnell wieder runter. So, wo sind wir hier? Ein Fleischwolf? Ist das ein Fleischwolf? Oh, hier sieht's aus. Wo komm ich jetzt da rüber? Oh Gott. Hm, was kommt da raus? Nichts. Wahrscheinlich erst mal den Hebel machen muss. Und noch eins. Okay. Sehr gut. Oh, das ist ein Ernst. Ja. Oh, ja. Brauche ich noch mehr Fleisch? Ach, jetzt. Ich glaube, ich hab's verstanden. Ja, ich hab's kapiert. Geh hoch. Geh hoch. Ich glaube, ich hab's verstanden. Komm her. Schieb. Hm. Aber es wird auch niemals langen. Gibt's hier noch mehr? Jetzt werde ich hier zum Metzger oder was? Ui. 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 nehmt geflogen. Wie langt das? Das langt doch niemals. Ich brauch mehr Fleisch. Da hängt oben noch eins. Ui. Nehmt. Das Geräusch. So. Ich hoffe, das langt. So. Ich muss hier raus. Die werden mich doch wieder jagen. Hm. So. Letztes Ding. Hoffentlich. Ich glaub, das wird langen. Ja. Sehr gut. Haben wir doch gemeistert. Weg hier. Komische Typen hier. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. Verstecken. Nicht verstecken. Fliehen. Schlüssel. Schon wieder. Oha. Er hat mich. Wieso denn? Diesmal machen wir es besser. Gleich wegrennen. Aber wo ist der Schlüssel? Aber den muss ich mit dem Aufzug fahren. Wahrscheinlich. Schnell, 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 schnell. Kriegst mich nicht. Oh Gott. Er kriegt mich. Ich muss mich in Ruhe. Ich muss mich in Ruhe. Oh, er hat mich gehört. Aha. Oh. Oh. Oh Gott. Oh, er fährt wieder. Ah, nur zum Verstecken. Nicht aus. Ich glaube, er verliert gleich den Kinsen. Doch nicht. Muss ich jetzt hinterher schleichen? Ich glaube, es war ein Fehler, was ich hier tun. So schleiche ich mich da an. Völlig aggressiv. Der Herzschlag. Nein, 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 nein. Oh, nein, nein, nein. Ich muss da durch. Bin ich hier überhaupt richtig? Ah, da muss ich eine Dose werfen. Ah, da ist der Schlüssel. Nimm ihn. Schnell, schnell, schnell. Oh Gott, oh Gott. Lauf, lauf, lauf. Ich habe den Schlüssel geklaut. Oh Gott. Schnell, schnell, schnell. Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Er kommt, er kommt. Schaut ihn euch an. Oh, er kommt. Schaut ihn euch an. Oh, war knapp. Eigentlich nicht, aber ja. Oh, ich will mich denn benutzen. So, wie komme ich jetzt hier raus? Oh Gott. Nein, ich will nicht da hoch. Bei allem Respekt, ich will hier nicht hoch. Oh Gott, ich will jetzt auch hoch. Oh, jetzt sind sie zu zweit. Jetzt ist er zu. Ich glaube, ich spinne. Schnell weg hier. Oh Gott. Oh Gott. Sie werden mich kriegen. Sie werden mich kriegen. Ich versuch's. Tschüss. Oh, nicht über die Scherben. Oh, da ist ein Ebel. Das war's. Das war's. Ah! So, bewegen die sich jetzt? Ja, wir kommen jetzt da hoch. immer auch nicht zurück, sag mir nicht zurück. Anscheinend zurück. Natürlich zurück. Nicht übers Wasser laufen. Er schaut doch hier rein. Das ist wahrscheinlich die Teller da hoch. Geh weg. Geh weg. Da hoch. Anscheinend nicht. Wo muss ich hin? Wo ist sein Kollege? Bin ich hier überhaupt richtig? Ich glaube, ich bin hier völlig falsch. Ich glaube, sie haben mich gehört. Ich bin hier völlig falsch. Das war wie geplant. Hm. Hey. Hm. 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 Hey. Aktivieren. Hey. 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 Ja gut, sie sind weg. Wahrscheinlich muss ich da auch. Will ich da hoch? Da hoch? Da hoch? Ach, wo muss ich denn hoch? Oh, Zeit hier nur zu. Lass mich doch einfach in Frieden. Sie fahren von da ganz hinten. Wo sind die Vorsicht zurück? Ich muss doch wahrscheinlich da hochklettern. Nee, muss ja nicht. Tschüss. Ich schau nochmal zurück. Mmh, lecker. Dann kann ich hier das Regal hochklettern. Nee, da komme ich glaube ich nicht hin. Nee. Ich glaube, ich muss echt da das Regal hoch. Na ja, hab's doch gewusst. Guck mal, die fest. Oh, jetzt nicht loslassen. Gott, man spült mal hier ab. Das sieht ja aus. Oh, kommst du nicht hin. Oh, vielleicht sollte ich's nicht verschreien. Oh, ich muss einfach nur durch die Tür gehen. Gar nicht gut. Oh, oh. Ich glaube, ich muss loslassen. Hört mich. Ich warte so langsam. Ich hab mich so gefreut, dass ich's verarscht hab. Weg hier, weg hier. Oh, Gott, oh, Gott. Und runter in den Tisch. Oh. Uh. Ich wollte ihn grad auslachen. Ah. Na, da schaut ihr blöd. Muss ich mich fallen lassen? Oh, gut. Boah, boah. Boah. Aber anstrengend. Aber richtig, richtig nice spielen. Mal was ganz anderes. Neben den ganzen AAA-Titeln. Da geht's doch durch. Ich hab schon lange keinen Kollegen mehr gefunden. Ah, da ist er. Haha. Hey, lass dich knuddeln. Alles wird gut. Alles wird gut. Schön war's. Wir sehen uns. Was wird hier geschrien? Geh durch. Kleines Wesen. Oh, Gott. Hey, Fische. Wo bin ich hier? Was bin ich? Was sind die? Warum ist das hier alles für mich so ausgerichtet? Keiner von mir wird von denen sowas benutzen? Ah. Ja, ich bin auf dem Schiff. Aber ich hab schon richtig gedacht. Das ist ganz, ganz, ganz komisch hier alles. Da ist noch ein Schiff. Aber die Vögel sind ja normal gross. Oh, die sind halt auch größer, relativ zu mir gesehen. Ich hab doch keine Ahnung. Touristen. Ich kapiere gar nichts. Also solche Kindheitsängste habe ich nicht gehabt. Richtig schöner Stil. Jetzt bin ich auf ein paar Stockwerke, ja. Aber ich bin immer noch hier drin. Ich will hier raus. Nicht runtersehen. Hallo, Touristen. Wieso ist das jetzt hier so ein bisschen asiatisch angehaucht? Ah, da. Alter, ne. Das war doch die am Anfang. Schau nicht so. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Okay. Einfach rennen, immer rennen, immer rennen. Nicht erwischen lassen. Immer rennen. Ja, ja. Fresst euch voll. Hier, hast du noch was zu trinken? Oh. Oh. Der wird squashed. Okay. Ich lasse dein Alkohol in Ruhe. Ist ja gut. Aber verständliche Reaktion. So, ganz langsam. Nein, nicht die Klasche. Oh Gott. Ich weiß, was ich mache. Oh. Ich war zu langsam. Ich war zu langsam. Er war einfach viel schneller. Oh Mann, ich bin so klein. Ich kann noch nichts machen. Hilf mir mal, du Typ da. So. Rennen. Rennen. Immer rennen. Immer rennen. Oh Gott, er kriegt schneller. Oh Gott. Er wischt mich. Er wischt mich. Ah, er kommt ja nicht hoch. Okay, er kommt. Ich muss auf den Tisch. Sag mir nicht. Ich muss hier auf den Tisch. Nein, ich hab losgelassen. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Das war's. Was tu ich da? Was tu ich da? Zu drüben gesprungen. Bitte nicht nochmal. Nein. So, weg hier. Oh shit. Oh. Oh. Oh Gott. Er kommt. Schwing her. Schwing her. Schwing her. Ist ja gut. 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 Das war ganz schön. Was ist denn los? Nein, ich denke, bleib hängen. Das ist mein Tod. Ja, leuchte mir halt hin, dass ich da oben muss. Natürlich. Nee, ich muss den Stuhl bewegen. Nee, ich geh da nicht hoch. Lass mich in Ruhe. Ich bin noch nicht verrückt. Aber ich muss wahrscheinlich da hin. Hey! Ach, es war nur ein Geheimnis. Aber jetzt mal herumgeknuddelt. Hier. Da drüben sind Vielfraße. Komm, komm mit. Komm mit. Ich muss hier mit. Ich weiß nicht, ob ich den Stuhl einschieben muss. Aber ich tue es. Ja, ich muss wahrscheinlich hier hoch. Hier hoch. Warum gehst du nicht hoch? Nee. Nee. War ich hier hin? Ich hab doch keinen. Ich hab doch keinen. Komm mit dem Stuhl. Brauche ich den Abend? Ja, ich muss wahrscheinlich hier hin. Nö. Dreh, geh, geh. Ich bin hier völlig falsch. Lecker, lecker, lecker. Wo muss ich hin? Da hin? Da hin? Ich muss jetzt gleich über die Decke rennen. Ich seh's doch. Reck hier. Ah! Über diese Wurstfinger. Mein Gott. Ja, warum geh ich nicht hin? Ei, 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 ei. Renn um dein Leben. Oh! Ich hab's verkackt. so war sie auf einmal so langsam ist aber schnell wer schon alles umgeworfen ich werde sich jetzt verkacken ich werde sowas vom verkacken ist So, jetzt entkomme ich euch. Hoch da, hoch da. Muss mich in Ruhe. Schon wieder der. Mich kann es nicht abschätzen da unten, der Kerl. Er greift immer so komisch. So, so, so. Weg, weg, weg. Muss mich in Ruhe. So, ja, endlich. Jetzt nicht loslassen. Bitte nicht loslassen. Was bin ich mit der Flasche? Hau die Flasche weg. Ui, hab schon wieder was verkackt. Nein, nicht darüber. Oder? Nicht darüber. Links, rechts, links, rechts. Links. Links. Oh Gott. Renn, 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 renn. Oh, renn zurück, renn zurück. Renn zurück. Oh. Nein, wo du auch? Ach. Ja, bitte weinen. Wie sonst weine ich gleich auch. Gut, machen sie mich fertig, die Leute hier. Ja, ich hab's kapiert. Komm, komm her. Hm, komm. Knall dagegen. Jetzt aber weg. Jetzt aber schnell. Oh. Er kriegt mich. Er kriegt mich. weg. Mami. Ne, keine Spielchen mehr. Spielchen. Oh, was macht denn der hier? Kriegt mich nicht? Ich wollt sagen, kriegt's mich nicht. Er hat mich bekommen. Ah. Okay. Ich hab's kapiert, er kommt. Weg, 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 weg. Da oben ist ne Puppe. Ich glaub, er hat mich nicht gesehen. Uiuiuiui. Uiuiui. 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 Ja, und was mach ich jetzt hier? Da hoch. Wahrscheinlich da hoch. Uiuiuiuiui. hier klettern Geh weg mit dem Papier. Spring, halt dich fest. Ne, willst du da rumhauen? Irgendwas kann ich hier wahrscheinlich schieben. Geh weg, Papier. So, schauen wir mal. Kann ich hier durch? Muss ich vielleicht randalieren? Ein Spiegel einschlafen. Ja, aber nicht mit dem Klopapier. Mann, IQ 100. Ich weiß hier nicht, was sie für eine Party feiern, aber ich will hier weg. Uiuiuiui. Uiuiui. Ach so, das ist der... Der Dude. Nicht drunter fallen. Nicht drunter fallen. Bitte, nicht drunter fallen. Hallo, Puppe. Hallo, Puppe. Oh, jetzt soll er weg hier. Bitte nicht. Ja, gehen. Ich bin hier doch am falschen Stock weg. Oh. Da lang oder da lang? Erstmal das Licht anmachen. Ich schau mal hier rein. Da kommt doch gleich einer raus. Natürlich. Was ist hier los? Ich hätte nach links schauen müssen. Ich hätte nach links gehen müssen. Ich bin hier völlig falsch. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Das hält die doch nicht auf. Huch. Hä? Kommst du nicht drüber, hä? Ich lauf schon so niedergeschlagen. Oh nein. Suchen wir etwas. Komm. Nicht sterben. Wie oft kann man am Tag Hunger haben? Okay. Verstehe ich. Nicht, dass man hier gleich stirbt, wenn man nichts zu essen hat. Oh ja. So krieche ich auch immer. Nein, nicht meinen Kollegen. Ja, hilf mir. Bist ein Guter. Nein. Ist das... Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Es tut mir leid. Was ist denn mit mir falsch? Hier war ein Würstchen. Verdammt. Du Scheiße. Puh. Warum? Es war doch jetzt unnötig. Nee. Ich dachte... Nee. Ich dachte, wir sind die Guten. Hallo, komische Frau. Ich hab grad einen Freund aufgegessen. Was hältst du davon? Ja. Genau das halte ich davon. Das ist doch eine Scheiße aber auch. Ja, ist ja gut. Nimm die Kacke und wirf. Da kommt doch gleich jemand. Da kommt doch gleich jemand. Ja. Und ich bin schuld daran. Oh, jetzt stehen hier noch so Schaufensterpuppen. Das ist doch eine von denen gleich echt. Verfolgt mich das Auge da im Bild? Nein. Wieso bin ich jetzt in den Sonnen? Ja. So. Völlig. Verdächtig wurde hin. Die Tür ist offen. Schöne Stämme. Oh, Scheiße. Kommt das Licht aus? Nein. Licht auf dem Holz. Tja. Spiegel kaputt. Ja, natürlich. Tja. Das Holz. Oh, Jumpscare in 3, 2, 1. Tja. 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 und sie wieso habe ich das jetzt umgehauen wieso bin ich so ich hab sie doch jetzt wütend gemacht ich hab sie doch jetzt richtig wütend gemacht die steht doch gleich da die ist doch eine von den poppen die springt aus dem schrank macht euch bereit die kommt doch gleich die kommt auch gleich immer mich bereit zu rennen aber ich brauche doch hier ein schlüssel machbar an der vase ich idiot ich idiot wenn ich sterbe habe ich verdient meinen eigenen kumpel gefressen dann vergesse ich den schlüssel der schrank leuchtet mir zu komisch jetzt war der schlüssel jetzt ja meins wird sie mich gleich sie wird aus dem schrank kommen ich weiss es doch ich weiss es oder auch nicht durch die türen warum ist sie so freundlich na gut wenn du das so willst oh god das ist sie das ist sie nicht warum wo sind die füße das bin drauf oder mami oi 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 das kommt auch gleich wieder ich kann schon immer Ich sehe sie doch, ich sehe sie doch. Wo muss ich hin? Nehmen wir geradeaus. Doch, nein. Ja, präsentiere ich halt hier oben. Sie kommt doch gleich. Da durch. Ja, da durch. Mach auf, mach auf. Sie kommt. Sie kommt. Sie kommt. Was ist das? Kann ich das nehmen? Ah, ein Spiegel. Wohin damit? Oh, da ist sie. Hallo. Kniedige Frau. Hier. Ich hätte ins Licht gemusst. Ich muss wahrscheinlich ins Licht. Ach. Wieder ein richtiges Fiasko. Komm, lass mich nehmen. In den Spiegel starten. Ja, sehr gut. Da haben sie schon den Safepoint richtig gemacht. Die haben gewusst, dass so einer kommt wie ich. Ist ja gut. Ich habe es verstanden. Da ist das Licht. Da ist das Licht. Muss ich den Spiegel hinlegen? Quatsch. Ah, mich hat es umgenietet. Nimm ihn. Nächstes Licht. Da. Schneller. Schneller. Komm her. Ah. Sollte. Warte ich nicht lange durch. Nimm, nimm. Wohin, wohin. Aha. Ja. Schöner Passweit. Komm. Komm. Ah, Puppen. Fake News. Ja. Was hält sie denn aus? So, wohin? Da rein. Ja. Nicht die Tragenkasse loslassen. Sonst bin ich auf dem Arsch. Hä? Ist das blöd? Hä? Oh Gott. Ich auch blöd. Hm? Wie viele denn noch? Nimm ihn. Zack. Ich kann das länger als du. Oh. Jetzt hat mein Spiegel zerrissen. Okay. Muss ich rennen? Was muss ich tun? Nein. Sack. Nein. Ihr wisst was zu tun ist. Wir werden zum Kannibalen. Ja. Natürlich. Ja. Komm. Komm. Ja. Ja. Ach. Was zur Hölle. Was zur Hölle. Okay. Ich bin ein Mörder. Ja. Es ist dunkel. Oh Mann, mich regt das auf, warum muss ich meinen Heilfreund essen, warum bin ich jetzt hier, ist jetzt dieser Geist von dieser Frau in mich gefahren? Was passiert hier eigentlich? Ich dachte, ich verstehe das Spiel, aber in Wirklichkeit habe ich es nicht verstanden. Was zur Hölle? Was ist hier los? Was ist für meinen kleinen Freund? Was schaust du mich an? Bist nicht mehr so mächtig. Was tue ich den Leuten hier an? Spitz, ich geh jetzt irgendein Sieg zu. Neh, ich lau weiter, immer weiter. Immer weiter. Nichts auf den Schlaf. Immer weiter. Ich weiss nicht, es war schon so. Okay. Wie komme ich jetzt hier raus? Bin ich jetzt deren Meister? Ach Leute. Hey. Hey, Kumpel. Vielleicht blieb er fern von mir. Vielleicht blieb alle fern von mir. Du bist nicht alleine. Es tut mir leid. Aber es... Es ist passiert. Das kann ich nicht entschuldigen. Oh. Also ich muss sagen. Richtig, richtig gut. Ach, ich liebe solche kurzen, kleinen Spiele. Viel Liebe zum Detail. Jetzt schauen wir uns noch. Wendet's an. Vielleicht kommt am Ende noch etwas. Bis gleich. Sehr schön. Also ich muss sagen, ich habe mich echt... Nicht unterhalten gefühlt. Richtig, richtig gut. Und... Das ist... Jetzt kann ich mich ja bewegen. Nein. Bitte. Ich danke für das Spiel. Immer wieder gerne. Zurück. Vielleicht will ich ja nicht zurück. Doch, tun wir es. Leider kam jetzt nichts mehr, aber... Ich bin jetzt eine Insel. Vorhin war ich doch irgendwie auf dem Schiff. Hm. Ganz, ganz, ganz komisch alles hier. Sehr schön. Na gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein bei uns. Wir erweitern YouTube immer regelmäßig. Und natürlich streamen wir auch auf Twitch. Unter gleichem Namen. Da könnt ihr uns auch finden. Und ansonsten... Danke nochmal und bis zum nächsten Mal. COPYRIGHT PLONER the following just on Video.. ... Epheser D D Untertitelung des ZDF, 2020